Könnt ihr tauschen jeweils? Hurra! Ja, wir stellen uns zu. Weihwasser, genau. So, und den Kagen noch mal schön machen. Das verrutscht, mein Freund. Das geht natürlich nicht. Und eure Aufgabe ist es, ich werde diese Segnung im rituellen Sing-Sang vortragen. Und ihr müsst dann immer anstatt Amen. Wir sind ja keine Christen, wir sind ja alle Pongster. Ruft ihr Pong, Pong. Kann man das einmal üben? Oh, Santa Farma, lass mich nicht vergehen. Pong, Pong. Wunderbar, besser geht es nach euch hinterher auch nicht. Also erstmal wird hier gesegnet, mit dem Zeugtel. Keine Angst, es ist gesegnet, das Wasser. Schon nicht schlecht für den Kameras. Hostien haben wir auch. Wir können auch Hostien verteilen. Leon, gib den Leuten einfach mal Hostien. Das ist Leon, der hat Hostien. Die sind gesegnet von mir, warte. Oh, Santa Farma, lasst mich nicht vergehen. Pong, Pong. Mach mich ewig jung, gesund und schön. Pong, Pong. Okay, wenn die Messdiener jetzt bitte ihres Amtes weiten und Santa Farma an ihren Bestimmungsort bringen. Santa Farma, eine edle Ärztin, die Jahrzehnte in der Gesundheitsindustrie gearbeitet hat. Wird jetzt dem Cheering-Konzern mit guten Willen und Wünschen übergeben, auf das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier ewig beschützt werden. Okay, vielleicht ein bisschen sakrale Musik an dieser Stelle. Wo sind die Bläser? Meine Engelskompeten. Was up? Was up? Was up? Ihr dürft nur auf die Knie gehen, wenn ihr wollt, aber wir sind eine Religion der Freiheit. Dank der Hammer! In Spiritus! Und... Okay, dann gehen wir weiter, ne? Die Prozession, wir gehen weiter, wir gehen jetzt zum BND, Sankar Datsache auf jeden Fall. Und... Und... Und...